Du bist verloren. Die müssen aber alle von den Wänden kommen. Nur Idioten bleiben auf den Wänden. Ah! Ah! Der letzte Treffer! Kleiner Pisser! Ah! Wie wär's damit? Warte mal, eine Kombo hab ich noch. Oh. Der Typ ist echt extrem stark. Wo sieht's aus? Können wir den nicht... Ja, können wir. Was geht's? Sag ich doch! Kommst du nicht rein! Ich hab schon gar nicht den richtigen Tresscode dafür. Oh, man sieht hier kaum was. Ist ein bisschen blöd. Okay. Oh, der will rein. Machen wir nicht zu. Sorry! Lieber und Vollidioten müssen draußen bleiben. Näh, du triffst mich nicht. Einfach wild rauf. Aber wir sollten wirklich die Kombos hinkriegen. Ist ein bisschen schwer, gleichzeitig auszuweichen. Genau das mein' ich. Oh, yeah. Oh, yeah. Spuck mal aus, was du hast. Oh, du stückst sogar fest. Du armer. Ich erlöse dich. Ich erlöse dich. Brain Pain Hey Der hat mich okay verstirbt Scaramag Oh ja, die Heilung können wir gebrauchen Wie gesagt, es ist echt ultra mies Wenn man gerade mitten in der Kombo ist, ausweicht Und dann die Kombo vergisst Oder irgendwie nicht vorführen kann, warum auch immer Das ist schon ein bisschen merkwürdig Was ich aber irgendwie so ein bisschen komisch finde Der ändert immer manchmal hier die Kombos Weiß ich nicht, oder ich geb die falsch ein Ich denke, ich geb die falsch ein Richtig Metro, wir wissen Bescheid Den Viechern ist nicht zu spaßen Die rettende Leiter Alles liegt hier mal so wunderbar schon bereit Malerweise müsste die Leiter schräg rumliegen Dann wollen wir rüberspringen Holy fuck Diese Atmosphäre in dem Spiel ist Wahnsinn Alles sieht so furchtbar cool aus Voll am vergammeln Alles mal gucken Alles mal testen Haha Lieber Armee Putzig Oh Oh Da hab ich Lust drauf Aber Muss mir ein bisschen helfen Ob wir schnell die Viecher loswerden können Oh yeah Greift ja noch mal an Oh shit, da kommen noch mehr Ne Seine Kräfte verloren Spucken Kotzen Weiß ich in der Kombo Da war doch gerade Y XY Merkwürdig Getter Den Typen haben wir locker erledigt Ich hab manchmal so das komische Gefühl Dass das Kombosystem nicht richtig funktioniert Aber wenn ich eine bestimmte Kombo Ich kann entweder die anfangen Die ganz lange Oder halt die etwas kürzere Manchmal geht sie auch einfach rein Und macht dann die kleine Wahrscheinlich mit dem Timing Irgendwie abhängig Da bin ich ja mal gespannt Hörst du das? Das hast du gehört, oder? Ruhig, Mann Du bist wie eine Katze auf der heißen Herdplatte Das ist unsere letzte Runde Dann wird dieser Slum ausgespült Okay? Wie fies Ratte! Was für eine Terrorratte Okay, Johnny Zeig, wie du es gemacht hast Ja, zeig mal Wir müssen dem hinterherlaufen Okay Perfekt Wo haben wir das Ding? Wo haben wir das Ding? Okay, da ist irgendwie so ein Seil befestigt Irgendwie so ein komisches Haus Dach Okay Seil befestigt Haus Dach Hängt so runter Ja, hier Okay, ich guck nochmal auf welcher Ebene das liegen soll Wahrscheinlich Wahrscheinlich ganz oben Das andere kann ich mir nicht denken Oder Hier oben Komm, halt dich daran fest Moment, kann ich nicht zur anderen Seite? Ich wusste es Und genau hier liegt das Ding Sprung Geht doch Hier leben mal Leute Geächtete Und elende Seelen Da war es besser Weit weg zu sein Von der neuen Bastille Viech 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 Hier lebt wohl Feuer Oh, damit das Spammergun Perfekt Oh, wir lassen uns fallen Boah Nicht durchbrechen, nicht durchbrechen Nicht Oh Wir sind in Deckung Sehr gut, Nellin Noch 97 Mal fallen Dann hast du's Okay, den Typen hinterher Woah Nicht so schnell Okay Das ist so schnell Fuck Jetzt nur nicht loslassen So sieht's aus B-Synchronisierung Fehlgeschlagen Hä? Können wir das nochmal abspielen Um es zu synchronisieren? Hä, was soll das denn? Vielleicht müssen wir ein bisschen näher ran Oder ich brauche ein gewissen Ich muss einfach vielleicht schnell drücken Oh, nicht What the hell? Geht doch Zup So einfach ist das Aber jetzt müssen wir uns das noch nicht angucken Haha Wunderbar Sigma Achthaftbefehl Oh oh Ich weiß nicht warum, aber das Spiel erinnert mich so an Mega Man Hm Nur der Spammer kann gegen die Roboterfeinde etwas anrichten Boah, das heißt schlagen Ist klar So heftiges Metall ist da nichts zu machen Boah, der geht aber ganz schön ab Boah, Wahnsinn wie der abgeht Versuch das nochmal Vaporisiert Oh, wie der durchdreht Unbedingt viel Leben haben wir nicht Okay, der regeneriert die ganze Scheiße Ich kann das Ziel nicht wechseln, oder? Wir machen mal so Komm, lass dich schneller auf Er regeneriert einfach Oh shit Oh shit Das ist ne Idee, die zu betäuben Das ist wirklich ne Idee Kann doch nicht mal prügeln Das heißt, ich geh drauf, weil ich mich nicht heilen kann Tööö Sehr schön Ich brauch einen anderen Schwachpunkt Warum kann ich das scheiß Ziel nicht verändern? Bringt nicht wirklich was Ich sag ja, der regeneriert sich jedes verfluchte Mal Man muss dem auf diesen roten Coup wahrscheinlich schießen Das ist doch lame, dass er sein Ziel nicht ändern will Oh, er ist verloren Stimmt Er steckt hier im Boden Er zieht Aber er ist nicht verbunden Ist das so möglichst Wie Möglich Low kloppen Scheiß Das ist alles, was du kannst Fuck Die müssen wir wirklich Stück Für Stück zerlegen Oh Dem Ding drauf Nein, er hat mich zerlegt So knapp Toll, wir müssen nochmal die fucking Arme rausreißen Schleißen Oh, schön, dass du mir noch eine spielen kannst Hallo Weckspring Komm, steck die Arme in den Boden Dankeschön Dankeschön So Jetzt wir einen anderen Arme und dann sind wir auf die sicheren Seite Der ist wirklich schnell Komm schon, komm schon Geht doch Okay, jetzt die schwache Mitte Da schießen wir ordentlich rein Mit der Junkgun Interessante Strategie Terminieren Hallo Ich bin auf den Schrott mit dir Und tschüss Ich bin auf den Schleißen